ja moin leute hier noch eine runde gegen den unfairen mr unfair und ja scheiße warte gleich wenn es los geht ich guck mal eben was nach macht dann noch nix weil das wäre unfair aber du bist ja mr unfair mac unfair buck buck so warte das muss ich eben mal ne er nimmt schon das richtige gut dann kann es losgehen hier what the fuck die map hab ich noch nie gespielt hast du dich schon mal gespielt schon zwei mal oh fair sehr fair bester granatenwurf und interessiert mich das ja ich tut sowas zu interessieren hab ich nachladen ich ich was ist das für eine scheiße ganz ehrlich ich habe dich dreimal in einem leben umgebracht weißt du wie übel geld das für mich ist ich kann sagen du bist ein noob was dann hast du letzte runde verloren was dann hast du letzte runde verloren nein ich bin rausgegangen das heißt nicht dass ich verloren habe denn bei mir und steht steht bei dir bei mir stand aber kein lose ich bin rausgegangen ja weil du unfair gespielt hast du hast unfair gespielt du hast eine unfaire waff rausgesucht die war total fair ja 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 hat man gesehen ja auf jeden fall für mich ja ja Ficker ja guck mal du hast also ich hatte sogar ein freies schussfeld gegeben und jetzt auch noch dumm und jetzt auch noch irgendein dünnschiss hier labern wo bist du anscheinend da wo du nicht bist nein hätte ich jetzt nicht gedacht das ist das hinter mir steht ich auch ich drehe mich auch die ganze zeit um da ich keinen plan habe wo du sein könntest ich weiß aber wo ich bin nein ich bin so dumm ich renne ins feuer rein sehr gut das heißt wir wissen du bist beim feuer und wo ist das feuer ganz viel hier ist überall feuer ja sag ich doch gefunden nein was für ein scheiß wie viel leben hast du noch sag ich dir doch nicht ganz wenig ne sag ich dir doch nicht unter 20 sag ich dir doch nicht darauf tust du nö wo bist du am arsch der welt weißt du ich hab keine bock hier auf offener straße rumzulaufen achso du bist auf offener straße fuck ich hatte nur noch irgendwie 20 leben oder so keine ahnung hab's doch gesagt ja ja damit bist du ein eindeutiger gewohnt du bist Mr. Homo Horst hab ich recht das war jetzt auch richtig geil oh nein Mr. Gay fuck ich werde von der granate umgebracht aber ich hab dich auch du hast dich selber umgebracht das ist vollkommen unfair ich konnte nix dafür ich hab mich nicht absichtlich umgebracht ich hab die granate nach dir geworfen ja 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 ich kann mich nicht mit einer und derselben granate dich und mich umbringen doch hast du ja aber das wollte ich doch gar nicht ups das bist du gar nicht das war nur irgendwie nicht scheiße äh fuck nachladen fuck das gibt's gar nicht ah fuck ey ja klar von da oben willst du mich wegsnipern oder was hab aber keine ahnung wo du bist ich hab keine Sniper willst du mich von hinten irgendwie überrum füllen aber ich stehe nicht fuck du willst aber nicht alter stell weg hier da wo die granate herkommt da ist der du läufst in die total falsche Richtung ja das mach ich absichtlich ich hab das Gefühl du hast Angst ja ja bei diesem Spiel du hast Angst vor mir ich könnte jede Sekunde hinter dir stehen scheiße und sterben voll shit das kannst du auch jede Sekunde jede Sekunde aufs Neue jedes Mal noch einmal immer ein bisschen mehr wo bist du Mr. Arschface ich hab dich schon gesehen ja ich hab dich auch gesehen scheiße 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 ich hab Schiss ich hab Schiss ich hab Schiss ich weiß nicht wo du bist aber ich weiß wo ich bin jetzt weiß ich dass ich überleben muss da bist du du kannst mich gar nicht sehen doch klar nein klar kannst du gar nicht ich weiß doch wo ich bin deswegen weiß ich dass du mich grad nicht sehen konntest wieso sehe ich dich dann weil ich dich jetzt auch sehe fuck du lügst mich an wo bist du jeder kleine wo ist dieser Tim da scheiße scheiße es ist weggefallen diese Kackgranate so jetzt wirst du keine Chance weil ich dich von ganz hinten jetzt töten könnte sieht man ja klar genau fuck komm secondary leiste deinen Dienst fuck das secondary nein garantiert nicht weißt du fuck ich muss runter ich hab noch ein paar ja fair sehr fair ja warte ich wollte da runterlaufen weil ich hab nur noch 35 Sekunden um dich zu töten und jetzt verschanzt dich nicht sei ein fairer Mann und kämpfe ja so fair wie du gerade granate granate boah ja wo ist die gelandet ich weiß ja ich hab sie noch granate genial scheiße ich hab keine Muni mehr wieso treffe ich nicht ich hab aber grad getroffen ok 5 Sekunden ich hab verloren und jump runter ja ja oh ich hab gewonnen the win danke 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 ja ein Punkt ist besser als kein Punkt so danke fürs zusehen und falls ihr diesen noobie mack noob 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 bei Brickforce sieht müsst ihr ihn unbedingt zu spammen dass er ein Penner ist weil er total unfair ist und deswegen ja tschau Leute ne klatschen 7 6 7 9 10 20